für die runde oranges oranges oder im ok ok jetzt drüber fahren schnell die mögliche raus das leckt richtig du musst jetzt alles auf grünland setzen nein du musst dich schnell machen du wirst so zirkert es leckt übel anders rein das leckt oder so deutsch inputverzögerung das ist immer so dass die leute immer hinterher fliegen damit man nein ich habe selbst eine verzögerung wie verzögerung? kann man ausmachen dass die leute ganz von der alle leute sieht ja wie hier die leute o warte mal wie geht das richtig? ja auch nicht geholfen genau es leckt halt wirklich richtig kannst du dir nicht vorstellen sind das sind das bei den lecken? oh das ist inputverzögerung irgendwie das ist inputverzögerung ja ja also ich drücke ja ich glaube ich drücke und dann und das passiert aber erst schon ich werde auch immer woanders entipendet einfach ich werde auch immer woanders entipendet einfach aber alle anderen sind nicht in Zeitlupe nein weil sie auch in die mitte durchfahren und resettet werden ist das gut? dann hätte ich das machen müssen einfach einfach am anfang gas geben du fährst unten durch einfach nein motor aus scheiße dicker unser mate carry uns nicht ich werke es ich werke es ah ich habe keine leckung mehr ach jess ey jetzt muss raus ich knall dagegen nein ich hatte es fast oh mein gott bin ich lost ich hatte es fast und ich war runter das war geil 9 sekunden ey ich habe es nicht egal wir haben es wir sind sechster viel zu schwer es ist viel zu schwer unser mate carry uns jetzt wirklich hm was hat denn los nach dem match gehe ich auch schlafen ja ich habe gehört morgen nochmal ne eine runde morgen komm uns hin ja ja rossi und ich habe gehört was was hast du so gehört also ich habe gehört also dass du mir ähm heute abend oder morgen ähm die datei sein lässt ne 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 kriegen wir hin was sagst du nein ja ich bin cutter man ja man ich bin cutter ich muss für die großen videos hast jetzt richtig krasse clips schau das ist für eine e-sports karriere ich mache da montagen aus kapper nein was ist das was ist denn hörst du die scheiße krass so ein penner du musst so viel speed haben dass du am ende also dass du die sprünge am meisten schaffst ja ich bin das auch möglich ja jetzt auch mach das klar mach mal hier überall ein paar türme hin mach das mal hier ist da wo ich was sehen kann scheiße wasser auf mein mausbett scheiße scheiße das mausbett ist doch nicht so schlimm na doch das war so viel wasser mein mausbett ist eigentlich wasserdicht aber das war so viel wasser dass das ins wasser ins reingegangen ist weil das ganze eis geschmolzen ist und wegen der kälte ist jetzt ganz viel wasser auf meinem tisch wasserd wie die das ist das 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 ich dachte er schießt sich hinten von hinten ab ich dachte mir nimm den lieber mal aus dem spiel raus das wagt der nicht oh ich hab nen rhiner nen was? ne rhiner was ist das denn? das ist so ne Art Raketenwerfer glaub ich aber der mit dem weißer Zwerg ist echt ne gute Kombi die 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 immer noch darum hast du nicht mein schild ist auf max level es ist rot und nicht orange bei mir ist alles auf rot und ich bin level 10 maschine ich komme ich komme ich komme obwohl die kommen du lieber zu mir kommt der schlingel so ein gegner der lebt ich muss mich merken stellenwenden und weißer zwerg sind gute kombination ach du hast es auf deutsch ich hab mich gerade was ist denn weißer zwerg aber ja ich weiß bloß nicht was sternwind ist ich glaube die habe ich ja aber ich glaube ich habe die noch nie gesehen in dem spiel aber da vorne ist er oh er hat sie getroffen mit dem sternwind auch kein problem krasser sniper dick hast du mit dem dritten strobe hier aber da kannst du nicht easy pfff ah stellawind 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 書